Also hallo, willkommen, ok Super Ruffle ist Chaos, so äh, willkommen zurück zu TTT und zwar in Amsterdam, yeah. Welche greifen an, my lord! Hier sehen wir alle, die dabei sind, das sind von Ganger, Super Ruffle und alle vom Trollrudel. Uhu, und Sepp ist es. Oh Sepp, du weißt doch, Anbots mit der Diegel in meinem Kopf vorbei. Ich bin independent, du teufest. Ich bin vorgespielt. Der Paraffel ist innocent. Äh, AD hat grad jemand erschossen. Ja, wie ihn wohl. Sepp hat mich im Intro mit der Diegel beschossen, der ist knapper bei meinem Kopf vorbei. Aber ich hab grad nicht hingeguckt, äh, Standar, Standar innocent? Ja, er ist innocent, guck. Oh, das Ort kann ich sein. Das zieh ich sowieso nicht mehr. Ich kann nicht. Okay, AD ist es. Kling ist es. Fair enough. Der Baron ist es, er rennt mir hinterher und meint, ich wäre AD. Ich will nur nicht allein sein, diese Karte ist zu groß. Paraffel kann es auch nicht sein. Ich weiß, das sagt, wer mein Detektiv ausweist. Was? Ja, mach ich. Schüssig. Du bist mega leise geworden. Klink, 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 klink. Ja, was? Achso. Wie findest du leise? Ja, vielleicht ist es ja ein Fehler in der Lastbringst du bist. Oh, das ist Soundbuck. 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 Ah, Soundbuck. Ah, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warum? Ah. Cool. Man macht die Tür so hart auf und zu. Glaub ich auch? Der Baron. Ab ihn. Nein. Er war innocent. Oh Gott, nein. Ich bin's nicht. Nein. Das Geschäft ist zügig überlaufen. Er war's auch nicht. Was? Error. Kann man Error aufheben? Nee, kann man nicht. Schade. Ich kill den Baron, weil AD meint, er hätte auf ihn geschossen. Dann ist er tot, ist innocent. Plötzlich fängt Ali auch noch mich zu schießen und sagt, er ist innocent. Er war ja auch innocent. Ja, ja. Alles für den Arsch. Blamm. Was ist das denn? Ich will nur sagen, äh... Das ist ne Puppe. Was ist das? Kann ich die irgendwie nicht aufrufen? Ah! Ich hab's gesehen. Ja. Freitag. Okay, und der andere, der schon gerade gestorben ist. Vielleicht muss ich nachladen. Moment. Ein Problem, lass dir Zeit. Komm, den letzten Schuss. Komm, oh. Hä? Tja, da ist das Känguru wohl. Durch den Boden gefangen und ich mir jetzt kein Krone spucken. Ähm... Haben wir noch zwei Traitor? Ja, ne? Bink? Kannst du mir bitte die Frage beantworten? Haben wir noch zwei Traitor? Müssen wir ja. Oh. Haben wir noch zwei Traitor? Warte mal. Warte mal. Ja. Ich? Weißt du, wer der zweite ist? Ja. Ja. Und wer? Vergiss es. Okay. Wow! Saubere Hälfte. Was ist jetzt passiert? Wow! Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Meine Güte! Wow! Dieses Geräusch! Das fucking Baby ist hier abgeprallt und dann hat's von ihm geflogen! Wie ist jetzt? Was ist denn so? Wieso hab ich alles kaputt gemacht? Das bringt mich random rum! Moment, du hast mit der Diegel an meinem Kopf vorbei geschossen, ganz knapp. Ja und? Erst machst du auch ständig als als Maur? warum ist der war und jetzt gegen mich getötet also und mit mir nicht nicht und selbst du hast mich mehrfach in der Hand diskriminations man dies war aber nicht ja aber ich dachte du wolltest und hättest gefehlt diskriminante ja 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 alles klar da würde ich nicht fehlen doch und keiner von euch ist in meine Schildkröte gelaufen diskriminante diskriminante ist ein Begriff der Mathematik der Schein lol Streber nörds 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 er kann doch auch bitte nicht du weißt Sachen Alter hier ist der Rechner ich weiß überhaupt nicht was die diskriminante ist aber ich weiß dass das Mord existiert ich weiß ich beschütz dich dein Rücken mit deiner Waffe ist schon klar soll ich vor dir der Auffe nehmen ich will dann Waffe finden ich hab eine Mag wenn du die haben willst aaaaaah dieser Zauberk ich könnte jetzt gesichert werden Prozent der Saal aber auch hier oder ist es nur bei der bei der Hände dann war ich nicht nur wieder ich bin der ich weiß nicht ich bin auch nicht ich habe nicht mehr als Sieger zu auf dem Leben muss sogar in das sind die Tür ist jetzt offen aber sie macht uns aber immer noch also anscheinend ist es weg übergreifend also ich in der Nähe festigen erfalle ist aber alles in der Entschuldigung immer wieder gut ich wir testen ich habe noch nicht eine Waffe gefunden ja magst du meine Mac haben nein ich will eine Waffe haben und nicht so'n Scheiß wie zur Hölle komme ich denn zu euch? ich habe keinen Plan und wer warum ich war bei dem hast du die angefasst das ist eh genau es ist Ade oder Fräulein einer von den beiden der bestbenutzer Steffnode nie ich bin Eno bei mir ist gerade einer gestoppt ja aber Ade nutzt wirklich heute Steffnode ich kann mir endlich mal jemand sagen was für euch kommt ich benutze den Teleporter immer, den Advanced Skyser, den Schneeball und ich benutze immer Death Note ich benutze alle drei Waffen ja aber wenn du es nicht bist, ist Sepp, Sepp wurde gerade eingetragen Sepp ist Detective Sepp war Detective und Klink kann auch sein ich will auch mit euch spielen, wo seid ihr Detective? wir sind in der Mitte von der Stadt ja aber die ist so weit weg, ah ich hab's gefunden, hallo ok ich bin so weit weg, ah da wir müssen von der Freude ist von der Mutter ja ich bin auch da, hallo, du bist in der Sendung, wo bist du denn? ich bin in dem Laden drin, wo er weiß, was der Industrie ist äh, weil immer mal jedes Mal, wenn ich in der Sendung bin, war er auch in der Sendung, wenn ich ich bin ein Trader aber ok, dann haben wir die beiden Trader also, ja? nein aber der Detective hat gecallt, dass es Klink oder ne, was hat er gesagt? also ich bin's aber nicht ne, gar nicht aber woher denn? ich bin Inno ja, ich bin auch Inno aber er hätte die Begründung, warum er gesagt, es war echt gesund, das Death Note nicht ja ok, die Begründung ist echt scheiße Sepp, Sepp, du redest wieder im Null ja, aus dem Benutzklink genauso oft das Death Note ja, wir haben alle gesehen, dass er durch das Death Note stirbt was machst du da oben? also ich hab nicht gesehen, dass du dich erst mal stirbt aber hat es halt gesagt nein, unten ist eine Nachricht ok, darauf hab ich jetzt nicht geachtet na toll, du hast ihn umgeschmissen, ne? Berend stand gerade die ganze Zeit rum ich hab was getrunken, Entschuldigung du hast was getrunken? äh, vor allem der Freitag ist bei mir, Hilfe ja, du hast die Blume nicht getötet was? du hast die Blume getötet ich hab die Blume nicht getötet, das ist ihr das ist modern äh, warte kurz, warte kurz, warte ich weiß nicht, ich pass doch nicht auf aaaaaa! super raffe schießt jungen, 3, 3 kills gemacht, du bist gar nicht, äh, AD, ne? lass dir von dem nichts einreden fuck it äh, ich hab keine Muld mehr, willst du mal zu mir kommen, AD? AD, schnell! Ist super, Raffel ist confirmed. Ja, aber ist er gerade verschwunden? Punkte sammeln, bevor ich hier gleich von hinten abgeschossen werde. Geht das überhaupt? Es geht nicht. Das kann man nicht da durchschießen. Warum nicht? Ah, die Waffe ist fucking leer. Scheiße. Ah, das ist auch normal. Ein Schuss noch. One shot. Scheiße. Ja, ade. Hättest du mal wenigstens mehr Leute aufgenommen? Yes! Ah, ist ob. Es war ade mit dem Deathmode, hatte ich recht. Die Taube hat leider nicht funktioniert. Ah, die nicht mehr. Tut mir leid. Was? Hörst du nur. Ich hätt lieber auf ihn geschossen. Ich wollte dich sogar als letztes töten von denen, aber... Wen? Fun? Fun-Gamer. Aber? Äh, aber dann hat sich alles angeboten. Ich konnte drei Leute erschießen. Ach, du hast mich einfach nur verraten. Ich trau dir nie wieder. Ich leide immer noch unter der ersten Runde. Das erste Mal, dass ich das höre. Du leidest darunter, weil du mir den Instant-Header gegeben hast. Ade, okay. Ja, weil du auf mich geschossen hast. Ich hab nicht auf dich geschossen, ich hab neben dich geschossen. Also, ich finde, du hast das absolut verdient gehabt. Äh, ich verdiene immer den Tod, irgendwie. Wo müssen wir doch. Okay, ich bin mit Klink, äh, ist Detektiv. Das klingt gut. Warum hat der... Hier ist gerade irgendwas explodiert. Ich hab nix gehört. Ich hab was gehört. Eine Insel ist hier am Brennen. Ne, ein Fass oder sowas. Du. Aber jetzt kannst du bitte irgendwie vor mir bleiben und irgendwo hingehen. Ja, okay, du musst mir sagen, wo du hingehen willst, dann bleib ich auch vor dir. Hast du mich geschmissen mit dir? Irgendwie zur Mitte, zur Stadt. Ich sitz gerade auf der Toilette. Hast du die Insel auf das Fass geschmissen? Darf ich mitmachen? Du fanden mal bitte. Ja, also ich bin in so nem Haus drin, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Aber kannst du dir auch noch eine Toilette tun? Ja, das ist da halt in der Ecke brennen. Kannst du dir auch noch eine Toilette tun? Das war's. Alter, hier ist Wink. Oh, äh, Raffel. Wir, wir müssen ne neue Show machen. Also, die Kochshow ist ja alles gestrichen, weil wir hier keine Küche... Das ist ne gute Idee. Das weint ich ja nicht mal. Achso, tschuldigung. Ja, okay, ja, dann machen wir ne Toiletten-Show. Ich dachte eigentlich, wir machen hier so ne Botanik-Show und stellt irgendwelche Pflanzen vor. Baron? Ich auch gut, wo bist du denn? Äh, ich bin, äh, in der Mitte. Hier ist so ein Fahrzeug, hier ist noch ein Fahrzeug. Fahrzeug? Die sehen aus wie Panzer. Panzer? Hier ist, äh, Freulein Freitag, die ist badly wounded. Ja, weil jemand den Insel auf das Fass geschmissen hat. Was? Wieso? Freulein Freitag ist sadly wounded. Das ist einfach wieder einmal selbst. Du hast keine Begründung, du hast nichts. Das ist doch deine Reaktion gerade, die habe ich. Weil ich andauernd da ges- Ah, es wird andauernd so zu Sepp. Sepp ist, Sepp ist, Sepp ist da. Hier ist ein Error. Mitte, Mitte, Mitte. Ach, da bist du. Hey, bist du jetzt nicht in dieser normalen Mitte da? Wo, ganz die normale Mitte. Da, wo immer die meiste Action ab ist. Wo ich vorhin drei Leute gekillt habe. Warte kurz, Sepp ist da, Sepp ist über Sepp. Ja. Warte kurz, Sepp ist, Sepp. Au, Fun schießt auf mich. Ja, Sepp, Fun hört auf mich. Finde ich gut. Wie groß ist denn dieser? Wieso hörst du auf ihn? Der war letztes Mal Trader, als ich es gesagt. Oh, nein, 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 nein. Es ist einfach so. Ich bin schon in Ordnung. Nein, nein, nein. Ich hab die Dora ein bisschen gestreift. Keine Sorge. Alles gut. Alles gut. Mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich glaube. Sollte Raffel, wo bist du ich? Ich such' Pflanzen. Dann war gerade geschrieben. Ich habe eine Pflanze hier. Also ich kann nicht die ich rumtragen können, aber ich habe eine Pflanze hier. Wo bist du? Rollen? Niederlandse Sportwegen steht hier. Freitag ist bei mir, sie ist badly wounded. Aber ich hab ne Huge. Sie hat ne Huge, ja, ich hab ne Shotgun, Vorsicht. Ist Huge. Ja, ich bin ziemlich Huge. Also Klick ist tot. Huge, wie groß bist'n du, ha? Oh, der Detektor ist tot. Wenn ich zu euch komme, oder schießt du wieder auf mich, Fun. Oha, du bist... Wer ist das? Fun, töte ihn. Nein, ich töte keinem. Wer ist das? Hier, Fun ist gerade explodiert. Ich seh keinen. Wo ist ne AD gerade? Ist der bei euch? Nein. Ich weiß auch nicht, wo ihr seid. Ach, das ist AD. Ja, 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 da kommt schon wieder die Kugel. Das ist 100% AD. Nein, das ist nicht. Er ist auch gerade bei Fun gewesen, als er in die Luft gegangen ist. Der steht da gerade. Ah, ich weiß, welche Mitte hier gelangt hat. Ich habe nur 50 Jahre gebraucht, muss der AD folgen. Okay. Was machst du an dem Batmobile da hinten, AD? Ich habe Fun identifiziert. Oh, lol. Ich habe mich ausgetappelt. Also, Sepp ist es Konfass. Oh, ja, ja, ja. Ich würde AD töten, wenn ich du wäre. Das ist super Raffel. Das könnte super Raffel oder voller noch sein. Raffel, der stand gerade neben dem hier Dings Fun. Ja, das ist genug. Dann ist er explodiert. Dann kam nur auf mich zu und hat mich geschossen. Also muss es Sepp sein. Ja, es ist Sepp. Klar, es ist Sepp. Ich habe AD gerade gesehen, als es explodiert ist. Ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre... Oh. Okay, ja, was ist das? Aber dann mag ich das. Raffel, siehst du mich? Ich bin hier hinten. Hast du das Fun? Ja, du meinst sie. Ja, schön. Du schießt ruhig alle auf mich. Ja, du bist es. Ich zeige, ich gebe mich zu erkennen. So, hey, kein Ding. Die für das Schuss. Das war eh wieder so ein Move von AD, wo sein Traitor-Kollegen tötet, weil er low HP hat und nichts mehr bringt, um ihn wiederzubeleben. Au! Das kann nur nicht sein! Bip, 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 bip. Tja, das ist jetzt eine blöde Situation. AD ist es ja doch. Ja. Achso, okay. Man redet auch nicht mehr. Glaub dir. Weißt du, wo AD ist? Passt du hin? Achso, das ist eine Windmühle. Ähm. Okay. Ja, ich geh dann mal. Ich hab den vorhin irgendwo in der Mitte gesehen. Weißt du, wo der ist? Warum redest du nicht mehr? Weil du mich doch nur erschießt, wenn du mich findest. Ne, wieso? Ich würde dich niemals erschießen. Erst wenn ich jemals den unidentifizierten Körper von AD sehen sollte. Dann wüsste ich, dass du es bist. Aber der liegt hier ja nirgendwo. Ja, weil er noch lebt. Mhm. Wie glaubt mir jemand? Was ist denn aus, wenn ich FN... Ne, ich glaub dir. AD hat auch einen Traitor getötet. Das macht den ziemlich verdächtig. Warum ist die Map so offen? Das gefällt mir nicht. Ich kann mich AD direkt sehen. Jetzt regnet's auch noch. Ach. Ach man. AD. AD. Boah. Alter, die Scheiße gerastet aus. 100% des Teams getötet. Gar nicht wahr. Wen hast du denn getötet? Ein Gamer? Ja. Wie hast du das getan? Wie bin ich verbrannt? Ja, stimmt. Ich hab dir eine Zitrone ins Gesicht geschmissen, weil das Leben gibt dir Zitronen. Und töte dich dann. Boah, aber mein Double-Kill am Anfang war schön. Clink und Barrel mit einer Pigeon geholt. Aha, ich bin in der Garage drin gespawnt. Ist ja cool. Du kannst sie aufmachen. So Faden, Faden, das nächste Mal auf mich hören. Ja, ich wollte dich bei den Death Note sterben. Naja, fuck you, Sepp. Du nochmal, du Arschgeiger. Wie funktioniert das eigentlich? Wird dann einfach random und innocent ausgewählt oder? Nee, du kannst ihn aussuchen. Der war am meisten nervt. Und ich nerv am meisten. Ja, aber dann würfelt es und irgendwie mit einer Eintrittel Wahrscheinlichkeit tötest du den und sonst nicht. Was? Ich bin so 100% immer bei mir. Gut zu wissen. Wenn ich da reingeschrieben werde, sterblich. Oh, ein Spa. Schöte Möbel. Gibt es irgendwelche Traitor-Knöpfe, wo man diesen Spa in die Luft jagen kann? Weil hier sind so viele Melonen und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Hier ist ein Kreislauf. Ich bin hier nicht raus. Hi, Kling. Ja. Hi. Blöd hier. Okay, falls mich irgendwie erschießt, er ist Traitor. Du lässt du es. Ich will nicht. Gut, dann müssen wir ihn nur unter Crowbar knüppeln. Dann wären wir schon mal Leute ausgeschlossen. Ist gut. Unter mir, Roller, Freitag! Shit! War es nicht, aber all die ist tot. Klingt vertrauenswürdig. Klingt vertrauenswürdig. Okay, also wie viele leben jetzt noch? Kling lebt noch, oder? Kling? Ah, warte, hier ist die Leiche. Ich habe geschafft, ich bin aus dem Spa rausgekommen. Fun-Gamer wird explodieren. Äh, Baron, ich komme mal an Detective 4. Hast du Hölle? Komm mal hier hin und guck mal, wer ihn getötet hat mit dem DNA-Scanner. Er lebt jetzt überhaupt noch. Oh, oh, ich werde verfolgt. Ah, Baron. Ist okay. Baron, ich habe einen Detective 4. Ja, ich bin auf dem Weg. Alter, gehst du erstmal voll in die Müllkasse. Iiii, was ist das? Hi. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo du hin bist. Oh. Soll ich das machen, oder willst du das machen? Moment, muss ich den kaufen? Ja, ne? Nee, nee, den Askan hast du immer im Inventar. Okay. Kann ich den selber benutzen, oder mich das machen lassen, damit ich dich nicht umrotze, falls du mich nicht verkaufst? Da steh die Map nicht. Äh, lebt jetzt nur noch selber? Jetzt habe ich gebiebt, was ist da? Äh, wie mache ich das noch? Du bist jetzt doch der einzige, der lebt. Okay. Ja, mit Baron. Au, au, au! Halt, 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 halt! Super Raffel! The fuck? Wir sind doch die einzigen 3, die noch leben. Nein! Den klebt doch noch, oder? Nein, oder? Er hat 5 AP, ich lasse ihn jetzt erstmal so. Fünfzehn, du Lug. Ich weiß nicht, da. Mouse want to collect your eyes camera to open scan controls. Okay. Also bist du nicht der einzige, wirst der noch leben. Charging. Und... Warum wird das immer resettet? The fuck? Ey! Was denn? Er ist respawned, er ist respawned, seine Leiche ist weg. Nee. Okay. Na, irgendwann bist du confirmed, auf jeden Fall safe. Ach man, das ist auch schlecht. Ja, ich versuch mal... Warum chargst du die ganze Zeit? Ich will die scheiß Leiche überprüfen. Wofür? 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 Wo wissen wer ihn getötet hat? Ist doch scheiß egal gerade, wir wissen wer letzte Traitor ist. Ja, vielleicht lebt Klink noch. Das Ding piept die ganze Zeit, ich werd weg. Warum sollte Klink noch leben, er hat Vorleitung gebracht. Keine Ahnung. Soh, okay. Sollen wir irgendwo hingehen? Warte, ich versuch's nicht so auch, oder? Ja, ich versuch dir Deckung zu geben. Wäre das so schön, wenn ich jetzt Traitor wäre und dich umlatzen könnte. Ich bin angeschossen! Hinten! 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 Äh, Lüger! Äh! Ich mach die Runde auf die Entfernung, holy shit! Hast du irgendwas um dich zu heilen? Health Station oder so? Gehört nicht! Kauf dir eine! Irgendwo eine Ecke und kauf dir eine! Eine Ecke! Nicht mitten in dem Gang! Lass es dich mitten im Gang! Ich stehe da! Okay komm runter! Gott piep dieses Ding jetzt ständig! Ich krieg ne Anzeige! Also es sind Punkte! Ja heil dich jetzt endlich! Ich kann nicht mehr! Ich hab keine Punkte frei! Nein! Ich hab dich erwünscht! Leute ey! Sepp versteht das Spiel! Wie viel Leben habt ihr noch? Ihr seid bei mir alle near-death! Ich schlecht! Ich habe gesagt wer mich getötet hat! Ja! Er hat mich getötet! Ja! Ich war's! Ich? Ich hab ihn doch explodieren lassen! Ja! Und ich hab die gleiche untersucht! Ich hab ihn mit dem Deathlord explodieren lassen! Was? Ich wurde also doppelt! Ich hab ne 4 gewürfelt! Ich weiß nicht ob das gut ist oder nicht! Wie viel ich euch wert bin! Dann haben wir beide explodieren lassen! Ich hab ne 2 gewürfelt! Doppelt explodieren! Hast du die Punkte bekommen? Ich glaub ich hab die Punkte bekommen! Echt? Ja ich hab jetzt echt zu denen! Dammit! Gucken wir doch nach! Innocent Kills Fräulein 2! Ja! Mich und wahrscheinlich dann Dex, ne? Ne dann hab ich von Gamer nicht bekommen! Ich? Ne ich hab Klink getötet! Und mit der Bombe auf jeden Fall! Ja! Und ich hab die anderen beiden nur fast getötet! Oh cool! Irgendwann ist schon ganz zu mir geschossen! Ja das war der Raff! Oh Detective Ades! Hi! Oh Detective Ades! Kannst du bitte mal weg gehen! Boah! Warum? Ich will dir Deckung geben! Weil ich dir nicht traue! Dann erschießen wir mit der Golden Deagle, stirb und ich nehm sie! Nein! Hey Ma! Let's play! Ja! Gib mir lieber die Golden Deagle und ich schieß damit! Wo bist du denn? Ich hab ne Golden Globo gefunden! Äh warte ich komm ja gleich! Ich bin mal die Golden Globo! Weißt du überhaupt wo? Hält mich, was sagst du das? Hm! Müsst du dann auch shoppen oder nicht? Ja! Da waren jetzt viele Fässer! Ich hab sie entfernt! Warte ich bin in irgends so nem Fluss drinnen! Warte kurz! Ähm! Adelenrohr! Vermutlich nicht da oben auf dem Balkon! Da seid ihr in Ruhe! Ah ich brenne! Oh! Okay! Das Vorline war es nicht! Die hat mich gerade angeguckt während des... Ich war... Ich war es nicht! Fun-Gamer rächt sich jetzt an mir! Okay! Die hat dich angeguckt während was? Während er angezündet wurde! Gegen die Death Note kam! Fun-Gamer war es! Fun-Gamer war es! Ich war es nicht! Ich war es nicht! Mein Gott! Ich war es nicht! Ich bin in der... Also ich mein das letzte... Die letzte Sache was ich jetzt machen würde ist ein Death Note zu nehmen weil das einfach so obvious wäre! Also Zap ist abgefackelt? Nein! Zap steht hier oben! Was? Wer ist gerade abgefackelt? Was? Mit die... Reden! Warte mal! Was? Was? Was war er jetzt tot? Ich hab keinen Überblick! Ich glaub ja! Ja gerade ist auf jeden Fall jemand gestorben und ich denke mal wenn er der Wege war der... Sollte er explodieren! Abgefackelt! Detektiv! Ja aber ich bin es nicht! Nee! Der kommt ja einfach nicht hin! Warum schießt du auf ihn und ich soll nicht! Komm! Machst du das! Wir haben jemanden verloren! Wir haben jemanden verloren! Wann gehen wir? Wann gehen wir? Wahrscheinlich! Jo! Ist von... Jaaus! Jaaus! Okay... Kannst du mir sagen wenn er wieder da ist dann hole ich ihn wieder? Was ist das denn? Ist ja langweilig! Okay also es ist AD Traitor! Nein! Detektiv AD ist Traitor! Ich muss unbedingt mal häufiger drauf gucken! Ich hab das gerade so... Jaa! Jaa! Ja okay! Ne ich dachte grad so ja ist ja langweilig! Das klang so wie... Ach ich bin gerade im Tracer Shop! Das ist richtig! Ich war aber im DT Shop! Ja das hab ich... Ja das hab ich... Ja das hab ich... Das klingt wieder! Jesus klingt der einzige den ich bis jetzt überhaupt irgendwie getroffen habe! Wir verstecken uns! Das ist ne gute Frage! Das ist ne gute Frage! Wake me up! Wake me up inside! AD lebst du noch? AD? Er hat gerade ne Discomo gewoffen und läuft vor mir her! Er hat schon wieder so gezögert damit du mich erschießt! Ich war kurz davor! Auch wenn du nicht das Death Note hattest aber du hast einen Kollegen weißt du? Ich hab keinen Kollegen! Ich bin schon die ganze Zeit hier mit jemandem rumlaufen! Ich hätt ihm so oft umrotzen können! Ja... Das war ein bisschen cleverer wirklich! Soll ich nochmal in die Luft schießen? Nein! Guck mal hier hat man die äh... Naja... Und ich vermute einfach... Hab ich schon gehört! Oh! Dass der Baron auch kein Traitor ist weil er mir die ganze Zeit in den Rücken schießen hätte können! Mit ner Schrollflinte und sich getan hätte! Dann vielleicht seid ihr auch einfach beide Traitor! Ich bin aber kein Traitor! Nein! Ich bin ein Doppeltraitor! Oh ich erschreck mich jedesmal für diesen Blitzen! Oh es geht noch ne Etage hoch! Aaron? Ja? Link? Ja? Fräulein? Ja? Fräulein? Ja? Dann kommts ruhig! Geh einfach weiter da! Dann wo du jetzt hin gehst! Ich bin so froh, dass ich wenigstens mal gefunden hab ich auf Station hier im Rücken! Adi ich glaub du bist nicht sicher! Ah! Sepp ist es! Sepp ist es! Könntest du ihm bitte sagen, dass du das warst, Adi? Ich hab mit der Diage geschossen! Sag mal Sepp ist es! Sepp ist es! Sie warten alle da drauf! Irgendjemand schießt! Es ist Sepp! Das ist Kink! Warum haust du mich jetzt mit dem Tisch? Ich passe auf den Direktiv auf! Also ich geh einfach mal davon aus, dass Fun Gamer der andere Traitor war und jetzt rausgekickt wurde! Ja dann ist es Baron oder Kling! Ja dann duelliert euch! Robert, dieses ist einer von uns! Weil wir die ganze Zeit im Detail hinterher laufen und nichts machen! Das ist ja eine super Begründung! Ja du bist zwei... Confirmed seid ihr nicht! Du bist... Du bist in der Unterzahl... Aber wir hatten zwar nicht die mit dem Death Note! Ja woher wollt ihr das wissen? Einmal kurz weg gehen und damit machen ist jetzt nicht so die Kunst! Okay wenn das hilft! Ade! Kauf mit Golden Deagle! Ich schluss da auf das Fräulein! Und danach da rausgeflogen ist! Dann stirbst du! Ja! Aber dann bist du confirmed und dann können die beiden sich da machen! Nein! Macht euch jetzt! Weil als das Death Note ausgelöst war haben wir uns... Es ist doch schon Overtime und es ist in 30 Sekunden weil nur einer gestorben ist! Was das bedeutet es wird jetzt sowieso einer von denen sterben oder einer von uns! Ja! Perfekt! Wer war's denn? Wer war's denn? Auch Baron! Ja warum? Ja was hätte ich das tun sollen wenn ihr alle eigentlich in der Stationen aufbrüster Spaß! Ich meine er hätte mir mit seiner Strohhalte mehrfach in den Rücken schießen können! Ja aber das wäre mir zu offen! Bombe wäre gut gewesen! Friendship Beam wäre gut gewesen! Ja ich hätte aber nur einen Punkt! Der eine war zu das und der andere war nicht für das Turn the Grenade! Aber leider ist Tink damals in der Stelle diese Treppe wieder hochgegangen! Ich gehofft hatte dass sie hochgehen würde! Ja und äh da Fun Gamer jetzt gerade nicht mehr da ist äh machen wir einfach so zwischendrin einen Punktestand und Tink gewinnt! Obwohl er nichts tut ich verstehe es nicht ich bringe alle Leute um als Traitor und Tink gewinnt! Ja er konfirmt halt immer ganz fleißig! Oh das bringt Punkte! Ja klar! Das wusste ich nicht! Hab mich gerade aber auch umgebracht weil äh das war dann weiß das und deshalb äh kauft sie immer diese komischen äh wie heißen die? weiß nicht ich nenne sie Leichenbomben! Genau Märtyrergranaten! Hey guck mal die Schildkröten haben wir nicht Kling gefunden! Ich will nur nicht komplett langsame Scheißteile! Das sind halt Schildkröten! Dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!